Seid gegrüßt meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo zu Forza Horizon 5. Nach dem zweiten Episodenteil von Let's Go gab es wieder einige Informationen zu dem Nachfolgetitel von Forza Horizon 4. Heute vor allem das Thema der Himmel und wie sich vor allem die Wettereinflüsse auf der Karte bemerkbar machen, was wir erwarten dürfen und wie sich diese auch von Forza Horizon 4 aus Großbritannien deutlich unterscheiden werden. Im dritten und letzten Punkt, den ihr da noch sehen könnt, noch ein beliebtes Community Q&A mit wertvollen Fragen und auch ein paar Antworten von diesem Teil des Entwicklerteams zu Forza Horizon 5. Natürlich werden dort keine allzu brisanten Infos preisgegeben, die man später noch präsentieren möchte in den separaten Let's Go Episoden, aber das ein oder andere, was schon alt bekannt war, wurde erneut bestätigt. An der Stelle natürlich immer so die Frage, wer stellt hier die Fragen und was wird da vorher ausgewählt. Auf der anderen Seite gab es aber durchaus auch ein paar neue Sachen. Dazu kommen wir dann im letzten Teil des heutigen Infovideos. Wir starten mit dem Punkt HDR Sky Capture. Was ist damit gemeint? Natürlich erneut die Aufnahme des originalen Himmels in Mexiko, so wie das zuvor auch in Großbritannien und davor auch schon in Australien der Fall war. Wir sehen jetzt hier das entwickelte Kamera Rig von Playground Games, bestehend aus drei Kameras, die jeweils aneinander grenzend Bilder schießen und das im 30 Sekunden Takt jeweils gleichzeitig gesteuert über eine zentrale Steuereinheit. Und hier hat man mitgeteilt 400 Stunden Bildmaterial sind so zusammengekommen, also mehrere Wochen, die hier aufgenommen wurden. Und zwar alle 30 Sekunden quasi immer ein Foto, das dann zusammengesetzt wird im Zeitablauf zu einem sozusagen Film, der dann über den Tagesverlauf auch die Entwicklung des Himmels widerspiegeln kann. Und so werden wir das auch in Forza Horizon 5 sehen. Die Qualität wird noch mal besser sein als bereits in Forza Horizon 4 und davor in Forza Horizon 3. Denn dieses Kamera Rig wurde immer von Spiel zu Spiel weiterentwickelt. Wir sehen also jetzt hier mittlerweile die dritte Version dieses Aufnahmemoduls. An der Stelle ein ganz wichtiger Punkt, die Entwickler wollten auch noch mal ergänzen, dass hier nicht einfach irgendein Bildmaterial verwendet wurde, sondern man hat das ganze Datenmaterial immerhin 75 Terabyte ausgewertet und daraus versucht die schönsten Tage und die besten Lichtsituationen mit den schönsten Sonnenauf- und Untergängen herauszufiltern, damit man auch dieses typische Horizon-Beauty-Erlebnis, sage ich jetzt mal, hat. Also das, was man als Wow-Effekt so aus Forza Horizon kennt, was an Wettersituationen, an Lichtstürmungen auf den Spieler einwirkt, das möchte man eben hier für Forza Horizon 5 auch wieder gewährleisten und hat daher natürlich auch einige Aufnahmen viele, viele Stunden wieder verworfen, die einfach für den Spieler keine besonderen Lichtsituationen ergeben würden. Nichtsdestotrotz, es wird natürlich auch typische klare Himmelssituationen geben. Es wird schattige Teile geben. Es wird realistische Einwirkungen von Licht und Schatten geben, die sich aus dem Himmel letztlich projizieren auf die Map. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt gegenüber dem, was wir bereits aus Großbritannien kennen. Spannend ist allerdings das Thema nicht nur für diejenigen unter euch, die im Live-Modus unterwegs sind, sondern auch für diejenigen, die gerne Blaupausen-Meisterschaften erstellen, wo ihr die freie Wahl habt, unter welchen Licht- und Wettersituationen die Meisterschaft stattfinden soll. Denn in Forza Horizon 4 gab es für das Spielsystem nun die Möglichkeit, aus 400 verschiedenen Voreinstellungen aus Licht- und Wetterkombinationen zu wählen. Jetzt in Forza Horizon 5 gibt es das Fünffache, also 2000 Pre-Settings, aus denen das Spiel eine bestimmte Licht- und Wettersituation erstellen kann. Wenn ihr also auswählt, das Rennen soll eben am Morgen bei klarem Himmel stattfinden, wird es nun also viel mehr Kombinationsmöglichkeiten für das Spiel im Hintergrund geben, als das noch bei Forza Horizon 4 der Fall war, was natürlich für eine deutlich vielseitigere Wetteransicht und Welt sorgen wird. Abgesehen davon noch ein wichtiger Nebenpunkt, der jetzt zwar im Stream nicht erwähnt wurde, aber vielleicht für euch interessant sein kann. Es wurde zwar noch nicht gesagt, wie das sich auf den Fotomodus auswirkt, ob man dort auch Pre-Settings auswählen kann, aber ihr könnt euch natürlich als Fotograf sehr gut vorstellen, dass viel mehr verschiedene Licht- und Wettersituationen im Spiel auftauchen werden, als das noch in Forza Horizon 4 der Fall war, wo, wie ich finde, viele tagestypische Situationen sehr vorhersehbar gewesen sind. Apropos vorhersehbar, was uns nun zum unvorhersehbaren Wetter in Mexiko bringen wird, es wird zwei brandneue Wettersituationen geben, die wir bisher aus noch keinem Forza-Teil kennen. Das sind zum einen die Tropenstürme, die ihr jetzt hier gerade sehen könnt, auf der anderen Seite aber die Sandstürme, die uns begegnen werden, denn es gibt ja in Mexiko verschiedene Biome mit typischen Wettersituationen, die eben in diesen Gebieten auftauchen. Abgesehen davon gibt es natürlich eine Trockenzeit mit klarem Himmel, dagegen aber auch eine Regenzeit, in der es fast wie in Großbritannien durchgehend strömenden Regen geben wird. Und ihr seht jetzt auch hier nochmal den Ausschnitt der Sandstürme, also es wurde nämlich auch schon mal gesagt, dass das Wetterjagen, also Wetterphänomene verfolgen möglich sein wird. Man kann also weg von einem Sturm fahren, man kann auch gezielt darauf hinfahren und hindurchfahren, also quasi mittendrin stecken, wie jetzt auch hier aus diesen Gameplay-Aufnahmen bereits ersichtlich ist. Es wurde nicht gesagt, inwiefern sich diese extremen Wettersituationen auch auf die Fahrphysik auswirken werden, dazu sicher in einem späteren Episodenteil mehr. Abgesehen davon wurde bereits gesagt, dass es natürlich typische Wettersituationen auch geben wird, die sich von Jahreszeit zu Jahreszeit unterscheiden werden in den Biomen, also typische Wetterverhältnisse, wie sie eben in den Regionen in Mexiko dann auftauchen werden, die unterscheiden sich natürlich nochmal drastisch von dem, was wir aus Großbritannien kennen. So wird es typischerweise keine klassische Wintersaison geben, das ist eher eine Trockenzeit in Mexiko. Allerdings, wer Schnee sehen möchte, der kann natürlich auf den Vulkan hochfahren, denn dort wird Schnee liegen und damit natürlich trotzdem eine zumindest ähnliche Wettereinflussmöglichkeit geben, wie es auch in Großbritannien bekannt ist, denn wenn man dort durch Schnee fährt, hat das ja auch seine Auswirkungen auf die Fahrphysik. Ähnliches dürft ihr natürlich daher auch in Forza Horizon 5 erwarten. Spannend zum Schluss nochmal das Q&A. Leider wurden aus meiner Sicht ein wenig falsch, Fragen gestellt, denn vieles, was bereits im letzten Episodenteil beantwortet wurde, wurde jetzt erneut als Frage gestellt, was natürlich wenige neue Informationen preisgibt. Man muss natürlich aber hier auch immer berücksichtigen, dass das Playground Games Entwicklerteam die Fragen vorauswählt. Natürlich kann man sich da auch gewisse Fragen, die neu sind und die neue Themen aufgreifen, absichtlich aussparen. Von daher hier an der Stelle gar kein Vorwurf an die Fragesteller, aber grundsätzlich hat sich natürlich Playground Games es hier etwas bequem gemacht und einfach nochmal bestätigt, dass es einen Highway geben wird, der von einem Ende zum anderen Ende der Map führen wird. Also das, was ich ja auch schon mal in einem anderen News Video veröffentlicht habe, dass es eben einen sehr langen und gerade gezogenen Highway gibt, wo man mal die Fahrzeuge richtig auf Highspeed bringen kann und nicht fürchten muss, dass die nächste Kurve eben diesen Run wieder stoppt. Das ist auf jeden Fall in Mexiko gesichert. Abgesehen davon wurde gesagt, es gibt auch in der nächsten Episode das Thema Engine Sounds, also Fahrzeug Sounds. Das wird uns in der Episode 3 ausführlich vorgestellt werden. Darauf bin ich auch schon mal sehr gespannt. Natürlich werden dann auch hier entsprechende Audioaufnahmen im nächsten Update Video erfolgen. Das waren sie, die wesentlichen Infos aus dem Episoden Teil 2 von Let's Go zu Forza Horizon 5. Ich freue mich heute schon auf den nächsten dritten Teil und vor allem die dort vorgestellten Fahrzeug Sounds. Ich bedanke mich an der Stelle vielmals bei dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast bereits jetzt den Kanal abonniert, um auch zukünftig keine Infovideos mehr zu verpassen und ich wünsche dir nun einen schönen Tag. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.